Ja, erstmal der Sieg ist wichtig für uns. Die zweite Halbzeit war auch deutlich besser. Die erste Halbzeit war das natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ich finde, wir kommen relativ gut ins Spiel rein, kriegen dann auch ein paar Möglichkeiten ins Tempo zu gehen und setzen uns eigentlich auch vernünftig ab. Aber dann brechen wir ein, dann kriegen wir gar keinen Zugriff mehr in der Abwehr. Aber die zweite Halbzeit haben wir nach einer klaren Ansprache in der Halbzeit auch den Schalter zum Glück umgelegt und ja, konnten dann doch relativ ungefährdet gewinnen. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich bin ja gar nicht ausgerastet, sondern haben wir das angesprochen, was aus meiner Sicht fehlte, dass wir schon nicht ganz 100 Prozent bei der Sache waren in der Abwehr. Wir haben in der ersten Halbzeit, gerade gegen Ende, sehr viele Tore kassiert, wo eilig mein Mann gefoult wurde, dann durfte er doch noch werfen und Andi wurde ständig auf den falschen Fuß erwischt, weil die Abwehr ihren Job nicht gemacht hat. Ich denke, man hat gesehen, dass wir ein Stück weit zu viel verworfen haben zwischen Minute 20, 35, 40 und dass wir auch irgendwo einfache Fehler gemacht haben, dass wir uns vielleicht von Fehler ein bisschen von unserem Spiel abbringen lassen haben, dass wir dann zu hektisch wurden und das auch in unsere Abwehr mitgenommen haben, wo die einfach zu löchrig war und wir dann Algerien auch spielen lassen haben, was sie auch wirklich sehr gut gemacht haben.